Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Daron. 50.000 Euro möchte ich im Jahr 2023 an der Börse investieren. Und nun ist der Monat September bereits vorüber. Das heißt, wir sind im letzten Viertel des Jahres angekommen. Und Mann, 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 was war das für ein Monat? Die Kursgewinne sind ziemlich gruselig gewesen, aber dafür haben die Dividenden so richtig reingekickt. Die Dividenden haben schon richtig viel Freude gemacht. Beginnen wir wie immer mit dem kleinen 0815-Dividenden-Strategiedepot. Hier habe ich, große Überraschung, 280 Euro investiert. 10 mal 28 Euro. Die 10 Werte, die ich bespart habe, sind Nike, Mastercard, Altria, Johnson & Johnson, Starbucks, McDonalds, Procter & Gamble, Broadcom, Microsoft und die Apple-Aktie. Im Depot sieht das Ganze wie folgt aus. Sind so knapp 28.000 Euro hier aktueller Depotwert gekauft. Habe ich aber nur für 19.000. Das heißt, ich bin so 45% im Plus. Wenn wir uns die Werte anschauen, dann geht die rote Laterne hier ganz eindeutig an Altria. Jetzt mit minus 7,65%. Die Aktie ist wieder unter 40 Euro gefallen. Das ist schon, ich glaube, wir reden jetzt wieder über 9% Dividendenrendite bei Altria. Schon verrückt, was der Markt hier einpreist. Aber gut. Auf der anderen Seite sieht es ganz gut aus. Nach wie vor bei Apple über 5.000 Euro hier gekauft. Habe ich Apple für 2.089 Euro. Quasi sind über 3.000 Euro im Plus. Broadcom auch über 100% im Plus. Microsoft über 100% im Plus. Ansonsten hier, okay, den Johnson & Johnson nur noch 12%. Ansonsten haben wir alles so mehr oder weniger im Mittelfeld. Machen wir weiter bei meinem, ja, Sparplan-Depot. Sparplan-Offensive-Depot. Da habe ich 500 Euro investiert. Das ist ganz klassisch Core-Satellite, so wie man wahrscheinlich das Ganze machen sollte. Das heißt, ich habe hier investiert 80%, also ich habe 500 Euro investiert und das ist aufgeteilt 80, 20. 80% geht in den Core und 20% in die Satelliten. Der Core ist aufgeteilt ganz klassisch 70, 30 in den Developed World ETF und 30% in die Emerging Markets. Das heißt, 280 Euro fließen in den Developed World, 120 in die Emerging Markets, jeweils aus dem Hause Vanguard und jeweils 25 Euro fließen in Apple, Mastercard, LVMH und Denerham. Das habe ich auch ganz normal in diesem Monat gemacht und in dem großen Depot gibt es in diesem Monat eine kleine Besonderheit. Wir gehen hier mal runter, ja, guckt mal, was hier für Dividenden gekommen sind. Das wird ein Spaß später. Und zwar, ich habe gekauft für 150 Euro Anteil an Rio Tinto, 275 Euro Northrop Grumman, 150 L3 Harris, 165 Dennerha, 100 Canadian National Railway, 100 JP Morgan Chase und 100 den iShares S&P 600 Small Cap ETF. Es fehlt hier ein Wert und zwar, ASML habe ich im letzten Monat nicht bespart. Da war einfach mein Konto nicht gedeckt. Ja, passiert. Deswegen habe ich in Summe in diesem Jahr, in diesem Monat nicht 2.000 Euro investiert, sondern nur 1.820 Euro. Okay, passiert. Okay, fangen wir weiter mit der Performance, weil die war in diesem Monat absolut die Katastrophe. Das war wirklich übel. Also ich habe hier an dem großen Hauptdepot minus 2,2% gehabt. Könnt ihr das sehen hier drüben, ja. Das heißt, dieses Depot ist gerade so noch im Plus in diesem Jahr und das 0815-Dividenden-Strategie-Depot ist sogar 3,7% ins Minus gerutscht. Ist noch gut 12,2% im Plus. Also alles gut, aber gab doch einen ordentlichen Dämpfer, gerade wenn das große Depot 2,2,5% nachgibt. Das merkt man schon ganz ordentlich. Kommen wir jetzt nämlich zu dem Part, der in diesem Monat unfassbar viel Freude gemacht hat. Und zwar die Dividenden. Die Dividenden in diesem Depot hier auch, auch in diesem kleinen Depot machen so langsam richtig Freude. Und zwar, ich bin bei 49,71 Euro an Dividende gewesen, obwohl nur 4 Unternehmen ausgeschüttet haben. Aber, ja, das wickelt sich in eine ausgesprochen gute Richtung. Die Treppe hier ist jetzt hier quasi ein Quartal, was noch kommt. Schauen wir uns hier die Quartale an. Es geht wirklich von zu Quartal zu Quartal, springt das weiter, geht in eine sehr, sehr schöne Richtung. Ja, beim großen Depot der Sparplan-Offensive habe ich auch einiges an Dividenden bekommen. Bin ich ehrlich sehr positiv überrascht gewesen, wie viel das gewesen ist, weil da sind einfach 75 Euro und 71 Cent gekommen, obwohl nur die beiden ETFs ausgeschüttet haben. Der Developed World hat ausgeschüttet 33 Euro und der Emerging Markets ETF hat 42 ausgeschüttet. 75 Euro Dividende hier ist auch schon ganz ordentlich. Wir haben hier jetzt das Jahr davor schon solide geknackt mit hier ein bisschen was über 200 Euro. Und so richtig den Vogel abgeschossen hat allerdings das große Depot. Das ist komplette Eskalation gewesen. Guckt euch das an. Hier gab es einfach mal 1.719 Euro an Dividende netto, wohlbemerkt. Ja, okay, brutto sind es glaube ich 2.000 gewesen oder 1.950 oder sowas. Ganz so groß ist der Unterschied bei mir natürlich nicht, aber immerhin 1.719 Euro, was wirklich netto aufs Konto gekommen ist. Damit ist das Konto für den nächsten Monat gedeckt. Das heißt, ich kann im Oktober wieder alle Sparpläne ausführen. Ja, gab eine kleine Besonderheit. Erstmal ist natürlich ein bisschen gemogelt gewesen, weil Juni Lever hat eigentlich am 31. August ausgeschüttet. Ich habe es natürlich jetzt in den September mit reingenommen, weil mit sowas fangen wir gar nicht erst an. Hier das Juni Lever schüttet bei mir immer im September aus. Egal, wann der Wert, wann das Geld auf dem Konto ankommt. Bei mir ist die Zahlung im September erst eingetroffen mit 100 Euro. Aber richtig fetzig ist natürlich, wenn wir uns die großen Zahlen angucken, hier Shell, guckt euch das mal an. 266 Euro gab es von Shell und ich habe ja 2020 gekauft und seitdem dann nicht mehr. Das heißt, wir haben da 114 Euro erst und dann geht es jetzt auf 266 Euro nach oben. Das schon, ja. Ich glaube, wenn wir auf die alte Dividende von Shell kommen, dann müsste man irgendwie auf 330 Euro kommen oder sowas. Das heißt, da ist noch ein ganzes Stückchen Platz. Aber auch eine weitere Besonderheit, Rio Tinto schüttet halt nicht jedes Quartal aus, sondern nur zweimal im Jahr und das jetzt im September, das waren halt 200 Euro extra. Das war schon ein ganz schöner Batzen, was Rio Tinto da ausgeschüttet hat. Ansonsten, ja, eine Microsoft 67 Euro und die Dividende ist jetzt um 10% erhöht worden. Das heißt, da kommen dann nächstes Quartal schon wieder 6,70 Euro von Microsoft mehr. McDonalds 47 Euro an Dividende und das ist auch, glaube ich, um 10% erhöht worden. Das heißt, da gibt es nächstes Jahr, nächstes Quartal dann auch knapp 5 Euro mehr. Imperial Brands gab es auch 100 Euro. Ja, also es ist wirklich, es sind viele Werte, die jetzt doch ganz ordentlich ausschütten, was ganz spannend ist. Jetzt gar nicht, woran das liegt, ob ich da irgendwas nicht richtig eingetragen habe. Bei BlackRock gab es letztes Jahr 68 Euro und dieses Jahr nur 63 Euro. Wie kann denn das um 5 Euro fallen? Das ist ja 8% oder sowas. Ja, vielleicht hat es was mit dem Euro-Dollar-Wechselkurs zu tun, aber das ist schon ein heftiger Knicks. Wobei man sieht zum Beispiel bei Gilead auch, da sind wir von 31 Euro auf 29 Euro gefallen. Hm. Verrückt. Verrückt. Ja, hat wahrscheinlich, ich nehme an, es hat was mit dem Euro-Dollar-Wechselkurs zu tun, wenn die Dividende nicht entsprechend hoch angehoben ist, weil zum Beispiel Pepsi habe ich nicht gekauft, bin ich mir ziemlich sicher und es ist von 28 Euro auf 29 Euro gestiegen. Habe ich da was vergessen einzutragen? Ich glaube fast nicht. Ich glaube fast nicht. Trotzdem sind minus 5 Euro natürlich heftig. Minus 5 Euro bei BlackRock, wobei die Dividenden definitiv nicht gesenkt wurden ist. Na gut, ähm, ne. Da muss ich noch mal nachgucken, aber ich bin mir relativ sicher, dass es wahrscheinlich was mit dem Euro-Dollar-Wechselkurs zu tun hat. Okay, also gab richtig saftige Dividenden, was ich noch zeigen wollte. Und zwar ist bei Portfolio Performance gibt so eine schöne Auflistung hier, wie viele Dividende man bereits bekommen hat. Also ich habe hier zum Beispiel von Shell bis jetzt bekommen 2.635 Euro und das entspricht 16,69% meines Einstiegskurses, habe ich quasi schon wieder zurückbekommen an Dividenden. Und ich bin dann hier ein bisschen durchgegangen, fand die Zahlen ganz spannend. Ich habe zum Beispiel von Appy bereits 30% meines investierten Kapitals an Dividende wiederbekommen. Bei Gilead auch 17% und hier unten bei den ganzen Konsumgüterunternehmen auch überraschend. Zum Beispiel bei einer Nike habe ich bereits knapp 12% des eingesetzten Kapitals wiederbekommen. Bei Nestle 17%, aber auch eine Coca-Cola 14%. Uiuiuiui, die ist gerade ordentlich abgerutscht hier. Dann wollen wir mal wieder nachgucken. Es gibt schon, es gibt schon gerade wirklich sehr viele attraktive Werte, muss man sagen, wo ich vielleicht jetzt doch wieder ein kleines bisschen stärker nachkaufen muss. Es sind ein paar Werte, ja, da kommt sicherlich das ein oder andere Video. Jetzt ist es ja an der Zeit. Ich muss ja in diesem Jahr noch ein kleines bisschen mehr investieren. Und da ist es jetzt langsam an der Zeit. Wir hatten hier, ich glaube, eine McDonalds war auch gut abgerutscht. Guckt euch das hier mal an. Die ist auch gut runtergekommen wieder. Wann hatte ich hier gekauft? Hier hatte ich gekauft bei Aisle. Bei 239 und da stehen wir jetzt auch wieder, wo ich quasi vor reichlich einem Jahr gekauft habe. Es wird schon langsam wieder attraktiv. Aber dennoch trotzdem interner Zinsfuß bei McDonalds immer noch 14%. Also alles gut. Okay, kommen wir zur Zusammenfassung des ganzen Spaßes. Kursverluste sind halt heftig in diesem Monat, aber gehört dazu. Also September, Ende September. Bei der Comdirect habe ich 27.907 Euro gehabt. Bei den ganzen anderen Depots bin ich bei 421.000. Kommen wir in Summe nur noch auf 449.000 Euro. Ist quasi ein Rückgang hier oben, ja, bisschen was über 10.000 Euro. Ich habe aber 1.820 Euro investiert. Daher reale Kursverluste von 12.243 Euro. Ich habe bis jetzt in diesem Jahr investiert. 20.000 Euro hätte natürlich deutlich mehr investiert haben müssen. Ganz einfach, ja, drei Viertel des Jahres sind rum. Ich hätte 75% investiert haben müssen, habe aber nur 41% investiert. Da kommt es mir jetzt natürlich sehr zugute, dass die Kurse ein kleines bisschen nach unten rauschen und ich wieder ein bisschen mehr investieren kann. Ich muss quasi noch 16.814 Euro investieren, um das Ziel wieder zu erreichen, was ich aktuell ein bisschen hinterher hänge. Okay, wie sieht es hier drüben aus? Das ist ja das, worum es eigentlich geht. Das ist natürlich das 1.874 Euro Nettodividende. Neuer Rekord, auch ein Anstieg von fast 1.500 Euro auf 1.800 Euro. Ist schon solider. Und ist so auch mehr als im letzten Quartal. Und das ist doch beeindruckend, weil das zweite Quartal ist per se bei mir immer ziemlich gut. Ganz einfach, weil die die ganzen ETFs da ausschütten und da schütten die natürlich, oder da schütten die richtig hohe Summen aus. Und trotzdem hat es hier im dritten Quartal nochmal gereicht, das Ganze zu toppen. Und jetzt ist natürlich, jetzt stehen wir kurz vor den 2.000 Euro. Das ist natürlich eine Sache. Es fehlen hier noch quasi 170, 130 Euro. Okay, je nachdem wie der Euro-Dollar-Wechselkurs ist. Aber wenn hier eine 2 mal vorne stehen würde. Holy Moly, das wäre natürlich auch nochmal, wenn ich schaffen würde, quasi im Monat mal 2.000 Euro Nettodividende zu erzielen. Mal gucken. Ich muss ja jetzt ein bisschen was investieren, aber ich denke, das ist schon realistisch, dass hier vielleicht eine 2 steht. Je nachdem wie der Euro-Dollar-Wechselkurs halt ist und ob ich noch die 5 Euro von BlackRock finde. Vermögensentwicklung, ja, läuft halt, geht halt wieder ein bisschen zurück. Hier, wobei man halt sagen muss, im langfristigen Mittel so viel siehst du nicht. Das ist halt schon verrückt, dass das Ganze hier um 12.000 Euro zurückgegangen ist. Aber man sieht das eigentlich nur ein kleines bisschen, wenn man so den längerfristigen Chart berücksichtigt. Aber, ja, gut. Gehört halt dazu. Bei der Dividende sieht es so aus. Ja, hier in Summe 1.874 Euro ist neuer Rekordwert. Große Frage ist, ob es im Dezember hier nach oben geht. Ist schon verrückt. Ist schon verrückt. Wenn ich mir überlege, ist es nicht, warte mal, wie lange ist das her? 5,5 Jahre. Da habe ich von 450 Euro im Monat gelebt. Also ein bisschen was unter 500 Euro habe ich im Monat gebraucht für alles. Und jetzt gibt es einen Monat, wo ich einen Monat im Quartal, wo ich 1.874 Euro bekomme. Das heißt, wenn ich jetzt, ähm, ne, schaffe ich leider nicht mehr. Aber es gab eine Zeit, meine Fixkosten sind leider auch extrem eskaliert im Vergleich. Aber, ja, schon verrückt, wie sich das entwickelt hat. Wenn man hier mal zurückgeht, von 2018 der Entwicklung, 56 Euro, 186, 460, 808, 1490 und jetzt 1.874. Das geht schon in ne gute Richtung. Das geht schon in ne gute Richtung. Ja, guckt mal, hier drüben sieht man es auch, warum das zweite Quartal tendenziell immer ein bisschen besser ist. Ähm, im zweiten Quartal habe ich 3.000 Euro Dividende bekommen und im dritten Quartal nur 2.800 Euro. Aber das liegt halt wahrscheinlich primär am Monat April her, ja, wo es doch den einen oder anderen Einmalzahler bei mir im Depot gibt. Wie dem auch sei, ein herausragender Monat, 1.874 Euro Dividende. Das ist sicherlich, ähm, ein nicht ganz schlechtes Nettoeinkommen für viele. Und das kam einfach in diesem Monat an Dividende rein. So kann es gern weitergehen. Und jetzt nächstes Ziel sind quasi im Dezember die 2.000 Euro Dividende. Ich muss auch sagen, diese, diese Kursschwankung, das macht mir gar nicht so viel aus. Also das ist hier, das ist, irgendwie juckt mich das gar nicht so richtig. Das ist die Zahl, die mich wirklich glücklich macht. Eigentlich ist es natürlich ein bisschen dämlich. Es geht natürlich um die Zahl hier vorne. Aber diese Zahl hier kann ich halt einfach nicht beeinflussen, weil das geht mal, das geht halt mal 15.000 hoch, mal 12.000 runter. So ist das halt. Diese Zahl hier, ich kann halt, ich kann halt fleißig weiterkaufen und mich darauf konzentrieren, dass diese Zahl wächst. Ich glaube, ja, solange ich dennoch ansatzweise die Marktrendite habe und Depot läuft mit dem MSCI World mit, das eine läuft ein bisschen besser, das andere läuft ein bisschen schlechter, kann ich mich weiter darauf konzentrieren und fleißig Dividenden einsagen. So, soviel zum Monat September. Ich hoffe, du hast ebenfalls einen neuen Rekord geknackt, was die Dividenden angeht. Soll es gewesen sein. Ich bedanke mich für das Zusehen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Danke, Herr. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020